Hallo, hallo, welcome to our last day in our gratitude challenge. Heute ist der letzte Tag in unserer Dankbarkeitschallenge. Und ja, heute möchte ich dich fragen, bei welchen Menschen geht so dein Herz auf? Welchen Menschen bist du wirklich sehr, sehr dankbar? Ja, so who are the people which are really making an impact on you for what you are grateful for, that you remember them in your heart? I really like to thank you for being with me all the days and saying thank you very much. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, wenn du hier diese Challenge ein wenig mitgemacht hast und hoffe, dass es noch ein bisschen nachwirkt. Und vielleicht übernimmst du das, dass du dir immer mal wieder klar machst, wofür du dankbar sein kannst. Maybe you take some things in your normal life, so that in the future you take some moments to think about, what am I grateful right now? And maybe that can change a lot in your life. Thank you very much. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Alles Gute.